so dann haben wir das auch ich finde es sieht schon recht schön aus wie sagt das hier aber ansonsten finde ich es eigentlich schon jetzt schon relativ schick aber wir brauchen noch mehr ok also wir müssen gleich erstmal unten in der Höhle sagen wir mal nochmal jetzt schnell aber haben wir noch 3 4 Stunden Zeit so jetzt habe ich aber auch wieder Holz jetzt kann ich mir nämlich hier nochmal ein bisschen was machen so mal nehme ich mal komm aufs Decken bleibst hier so und zwei neue Spitze Fackeln kriegen wir dann nehmen wir euch nochmal mit hier Essen auf alle Fälle guck mal kann man hier lassen oh ich habe ja jetzt noch zwei neue von den Dingern packen wir erstmal hier hin gucken wir uns was gewachsen ne oh davon ist aber noch was gewachsen wenn wir dann ordentlich korblästone dann mitbringen weil wir den ja dann auch nicht brauchen werden auf alle Fälle müssen wir übrigens bekommen Gold weil ich will unbedingt dieses Ding machen dass wir diese geilen Karts bauen können mit denen wir dann mit denen wir dann ich mache das jetzt hier trotzdem mal mit denen wir dann ähm Dings machen können dass wir uns dann automatisch eine Farm und so haben, da noch einer hin, da noch einer hin und da noch einer drauf und schon wieder ein neues, ist ja geil, ich pflanze gleich nochmal ganz viele Säpflings nach, von beiden, ja, Buggy, achso, weil er es nicht mal ausgereicht hätte, achso, bauen wir jetzt ja eben schnell mit der Hand ab, so, dann pflanze ich hiervon jetzt nochmal 10, dann soll man dann hier auch so einen künstlichen Wald anlegen, ich finde die Idee ja nicht schlecht, dann hat man nämlich hier auch schöne Landschaft dazu, so, dann kann ich euch aber erstmal wieder wegpacken, dann lasse ich nochmal die 8 Stück hier, ein paar mal wieder gewachsen ist, und noch zwei davon, ja, dann packen wir die auch nochmal hier irgendwo hin, langsam, passt schon, Alter, wie viele Küper sind mitte da unten, kann man auf alle Fälle Eisen und alles mögliche, ja, aber nicht das, was ich jetzt momentan suche, mal, das Kupfer kann man auch relativ viele Sachen machen, auch Sachen, die wir später brauchen werden, da wandert Kuperchests, da passt ja da ein bisschen mehr rein, ja, achso, ja, Alter, ich hab keine Ahnung, oh, Steam Engine, ich hab keine Ahnung, was man damit alles zu machen kann, aber egal, denn durchsagen, haben wir alles angepasst, natürlich erstmal nochmal die ungewöhnlichen Sachen da rein, hier, das und das, und dann gehen wir mal in die Höhle, ach, vorher esse ich nochmal was. Schnell mal zwei Koblet holen, wie jetzt kein Eisending machen. Oh, machen wir hier uns die Umwege, ey. Meine Güte bleibt ich. So, und einmal dich. Oh, dich dein, dich dein, dich dein, dich dein, dich dein. So. So. Alles kommt weg. Und da sind wir abreisebereit. So. Ich weiß nicht, ob hier so was gewachsen ist. Wir gehen jetzt für den Kunden. Zwei hier unten. Und dann machen wir mal. Gehen wir gleich hin, wir sind zwar noch nicht drin, aber trotzdem. So. So. Weichen irgendwo gar nicht drüber hin. Aber wenn ich eigentlich ordentlich schon viel Eisen habe. Wir können hier aber schon Schelette und alles mögliche. Wir können hier ja jetzt schon sein, wenn wir den jetzt schon hören. Hallo Creeper. So. Schon mal die erste hin. Und jetzt vorher nicht hin oder drin. Die benutzt ja automatisch keine Eisen, sondern erstmal eine Stein. Ich will eigentlich auch eher in die tieferen Tiefen. Kupfer und alles mögliche werden wir sowieso da unten noch genug finden. Auch Eisen auch noch ordentlich. Oh, hallo Spinner. Sollen wir mal hier lang? War ja irgendwie wieder klar. Die musste ja da gleich da vorne wieder auffallen, aber das habe ich schon gewusst, als ich hier schon reingekommen bin. Ich hatte aber vielleicht den Gedanken, dass ich damit falsch liege. Oh, leid. Und dass es da doch weiter geht, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Da müssen wir dann wohl noch mal ein bisschen weiter gehen. Ich bin schon bei 26 Kohle. 28. 29. Jetzt bin ich schon über... Oh, Eisen. Das ist doch schon schön. Ich hoffe, dass wir mit einer ordentlichen Ausbeut hier zurückkommen und ich bin zu einer ganz magereren. Dann geht's wieder raus. Oh, schon Level 11, Alter. Mal gucken, ob es da hinten weiter geht. Ich glaube es ja nicht. Aber ein Versuch ist es ja wert. Jetzt kann ich mal mitnehmen. Gleich ein Stack Kohle, ey. Ich darf nicht so viel Kohle mitnehmen. Dann haben wir keinen Platz mehr für wichtigere Sachen. So, und los geht's. Oh, hier geht's weiter. Und da sehe ich auch schon gleich, dass ich kein Dings mit habe. Schön, also ich nehme doch mal Dings mit. Ein bisschen Holz. Tut mir jetzt gerade mal leid. Ich habe auch die Stöcker weggelegt. Die wollte ich ja eigentlich mitnehmen. Für den nehme ich mir einen neuen Block mit. Hier, wep. Ich will hier noch eine neue Axt nehmen. Brauche ich aber jetzt auch erstmal nicht. Wo ich mit 16 Fackeln nicht auskommen werde. Ich nehme wenigstens einen Baum mit. So, ich nehme mal dich mit. Und dich mit. So, das sollte ausreichen. Zapplings tun wir wieder rein. Spinner brauchen wir auch nicht. Und weiter geht's. Ja, rein ins Graue und dann noch ein paar Fackeln machen. So. Passt schon. Kleine Abkürzung nehmen wir hinten durch. Was haben wir jetzt Eisen jetzt wieder mit? Eisen. Jetzt kommt so langsam die schaurige Stimmung auf. Nur weil die schaurige Musik da ist. Hier noch was. Eisen. Eisen technisch ist nichts mehr. Das war jetzt so eine Parodie von irgendeinem Lied. Was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Ich bin schon mal auf. Ich will jetzt die Musik hören. Ich will mich auch mal mit verlegen. Damit tun sich auch immer wieder neue Höhlen auf. Finde ich halt total geil. Brauchst du einmal Grave up und dann hast du hier gleich eine neue Höhle. Aber ich lasse es erstmal nicht schaffen. Dann bist du es vielleicht erstmal. Ja, ja. Hallo. Dann zerstört mich gerade ein bisschen. Sie will mir wahrscheinlich gleich sein. Du, meine Batterien sind alle. Ich will sie nicht hoffen. Wenn wir jetzt mal wieder neue Batterien holen. Das Geile ist dann auch, dann kann ich die auch. Ich bin. Mach das auch jetzt. Ne, dann werden wir nicht über die Aufnahmen nicht. Ich würde mal ganz schnell Batterien. Ich kann das ja nicht schneiden. Oh, was kann man da. Zinn, ne? Zinn? Zinn. Oh, wir sind immer noch auf Höhe 43, Alter. Wie gar nicht. Ich muss immer öfter Fackeln setzen, weil ich ja auf Dyser jetzt spiele. Vielleicht trifft man jetzt ja immer auf, was wird vor der Sitz. Steine. Steine können sehr wertvoll sein, gerade für uns, weil wir das ja jetzt für unser Haus brauchen. Aber ansonsten sind Steine das Unnötigste auf der ganzen Welt. So, jetzt muss man die schönen Sicht unten ist. Oh, da ist der Sperr angefangen. Oh, da ist der Sperr nicht zu viel. Oh, da ist der Sperr nicht zu viel. Oder nicht zu viel. Auf mich treffen auf eine Höhle. Was sagt sie da eigentlich in dieser Musik? Ich verstehe mal, dass sie da was sagt. Aber ich weiß nicht, was sie sagt. Oh, ich war auf alle Fälle schon mal in der Höhle. Jetzt war von hier. So. Jetzt bestimmt gleich die Höhle. Ich muss bloß nicht versprütteln. Jetzt versprütteln, dann bin ich im Arsch. Oh, das ist hier laut, ey. Irgendwo hier muss das sein. Aber weiter unten. Ah. Ach, das ist bestimmt der untere Teil von der Schlucht. Ne, ist er nicht. Oh, ich sieht mir ganz danach aus, als hätten wir hier einen Dungeon gefunden. Oh, ich muss das leben. Oh, ich bin so süß. Oh, ich bin so süß. Oh, ich bin so süß.